Die Erinnerung Die Erinnerung Die Erinnerung Und ein sehr guter Morgen stand auf einer Stelle und kommt Wouter und ich sagte, dass ein Alakran war Wouterland gefällt und er sagte zu ihm und nimmt den Alakran und fällt in der Rücken und er sagt dann, und er fällt dann los. Und er sagte, und er nimmt den Alakran und werdet in Tazid saaten, den sie in Leben raten, und der Alakran specht dann noch einmal. Ein Mann wird der Besied gestohlen, und hat den Riechickt, kommt der Hahn, und sagt, der Wut lebst du, der ist die hier. Dann sagt er, ich will den Alakran das Leben raten, und er nimmt sich und steckt Holt, lad den Alakran nun abgerüben, sagt den Tazid, und rat den sie in Leben. Der andere Mann sagt, willst du dort nicht, dass der Alakran dort bett, der specht, der wird, der steigt, die Ursache, der dort weiterk. Den Alakran sind eine Tür, es dort weidern, es dort schlechter undern, es dort, wem wird Tazaden. Was sagt er, dort ändert, meine eine Tür nicht, meine eine Tür, aus dem Mensch, aus dem Kind Gottes, es gehen und halten, es Menschen leben raten, es du sein für andere, wenn man sie nicht schlechter tun, dann um die Gilde treten. In Lukas Kapitel 6 verschrieben dort, sagt Jesus, wann wer ihn schlechter wird, dann wird man die Gilde treten. Wann die eine Fein, die ihn schlechtert, dann weiß dort, dass die die eine Fein leuten, dass die Gilde treten, dass die nicht so tun, dass der Alakran, treten, wenn man ihn verhinsperkt. Wo fährt man am Leben, wie Alakran ist begängt? Sämtlich andere Menschen, wo er uns schlechtert, wo du sie in Proben, an den Proben, an seine Gründe bringen, in Proben schlechtert, an uns Leben integriert. Und wenn wir so sein, dass das wäre so, dort wird Jesus sagt, wann der Alakran uns bieten wird, dann wer wir bloß abpassen, wo wir das tun, wo wir immer noch Gilde tun. Wer wir nur liehen, wo wir nicht wollten, dort wo wir in Proben treten. Wer wir nur Gilde tun, wo es uns nicht Gilde tun. Und wann du Alakran nicht sind, dann wer wir abpassen, wo wir da noch Gilde tun. Und abpassen, dort eigentlich in Alakran sind, in der gewone Menschen, wo er die Autofie geht. So macht Gott uns halten, dass wir hier in so einem Menschen sind, was Jesus sagt. Du sind halten, und wann sonst wo er die Autofie geht. Nicht, bei uns mit bei uns treten, wo wir wahnsinns Schlechter tun, wahnsinns Späten im Leben, und danach mit Gott in der Kroff gauht es treten. Und du sind von der Menschen zum Deuten und zum Leuten. Warte sehen.